Hallo und herzlich Willkommen hier zu einer neuen Folge von Dingsbums, äh Dingsbums, ne? Na, von Black... Nein, von Half-Life 2, ich wollte schon Black Mesa sagen. Also ich spiele sicher doch in solchen Recht eh lang. Oh, ich fragte mal nochmal Munition, was ich eben verschossen hab. Hi. Viel Spaß, ihr Schnitter. Ey, du Schnittchen, komm mal her. Ja, sind nicht die schlausten. Ganz sehr... Ganz sehr schlaues Schnittchen. Leider kann man den Anzug nicht upgraden, das ist auch eine schöne Methode. Vielleicht ein bisschen mehr Energie oder sowas. Oh, sowas. Hi. Ach, der... Hi. Da kommen die Schnitter, die Schnitter. Ein Schnittchen. Hey. Aber... Aha. Oh. So. Bürger, Sie werden der schweren Opposition beschuldigt. Anti-Bürger-Statum bestellt. Ich bin der Anti-Bürger! Juhu! Das wollte ich schon immer sein. Mal gucken, vielleicht fühlt es sich genauso toll an wie der Anti-Christ. Wo geht's hier lang? Ah, schlitter! Wie kommt der hier rein? Nötigung auch noch? Uiuiuiuiuiui. Bin ja ein richtig böser Bub. Wann hab ich denn genötigt? Wann hab ich vielleicht sogar jemanden benötigt? Das wär doch auch was. Hm. Dupti. Dupti. Xeno, Lieden. Einheit nationalisiert. Wie kam der da rein? Die Tür war zu? Also, klar. Der kann die Tür ganz wieder richtig wieder aufmachen und wieder zumachen. Ich frage... Hi. Die Frage ist nur eher... Hallo. Ich frage es nur eher. Oh, die haben Gewehre, die haben Gewehre. Ich fick ein Gewehr. Jawohl. Jawohl. Ich hab ein Gewehr. Klack, klack. Das ist auch ne... Und das ist, glaube ich, ne andere Kugel von, ne? Ja, das ist ne 9mm. Das ist ne SMG. Ähm. Übrigens, guck, guck, ne, das geht nicht. Das geht auch nicht, weil... Keine Granate. Das ist nämlich der... Wir... Rechts ist Granate. Ich bin der Anti-Tigris. In diesem Falle nur Anti-Bürger, ne, ja. Hä? Wie komm ich jetzt da durch? Da ist Ausgang. Ah, handelig. Was blöde ist, wenn du jetzt auch noch Taschenlampe anmachst, ähm, dann verbrauchst du mehr Sauerstoff angeblich. Also, mehr Hilfsenergie für die Sauerstoff. Führe den Sauerstoff. Also, du kannst dich entscheiden, entweder atmen oder gucken. Also, ich bin mehr so für atmen. Ich glaube, das ist... Das sind so... Gedanken. Damit stehe ich recht allein da. Jetzt bin ich auch noch für Sozialgefährdung. Uiuiuiuiui. Was wird denn mal schlimmer hier? Was fliegt da lang? Hallö. Tschüss. Ja, die donnert. Also, momentan auch. Hi. Wisst ihr, was das lustige ist, anscheinend? Äh, sind die da drin, wo ich eben drin bin? Läuft. Ähm. Ich würde einfach nur, dass es irgendwie ein bisschen ausprobieren. Das ist bloß, ich habe euch jetzt gar nicht viel Kugeln verloren. Wo ist denn die Schnitte? Schnitte! 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 Die Schnitte sind weg! Weg! Das ist doch einfach eine geile Schnitte. Und schon geil auf mich! Weg! Ähm, achso, ich muss da... Ich muss da lang sogar. Weg! Okay, da hat man ein bisschen Grafik litschen. Das war unschön! Unschön! So. Hä? Achso. Sie hat mein Bürgerrecht? da wusste ich ja gar nichts. Seht alle weg, danke. Hat schon genug Leute befressen. Au. So, ich muss nicht kommen. Ich bin dumm. Stört. Wir wollen den Kopf mal ein wenigstens noch zu Geld. Hallo? Und Tauchgang. Tauchen oder tauchen? So, weiter geht's. Ne? Aaaaaaah. Wird ich nicht tun? Um. Ich bin der Antibürger. Das, was ihr gesagt habt, das dürft ihr niemals vergessen. Ich, Antibürger. Aua. Danke. Schnitter. Oh Gott, da sind ganz viele Schnitter. Was ist das? Wo kommt die Erde? Hilfe, 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 Hilfe. Hilfe, Hilfe. Soviel zum Thema einfacher. Schnittchen, Schnittchen. Ich bin auch institutioneller, lass mich durch. Noch mehr Schnittchen. Du kannst überhaupt nicht schießen. So, jetzt gehen wir halt etwas vorsichtiger vor. Haben die Dinger Munition da wohl? Eben habt ihr mich doch so vollgepumpt mit allem. Wo ist denn jetzt der Scheiß? So, danke. Dankeschön. Ich sag ja so nichts mehr. Aber immer nur Polistronenmonitor. Neun Millimeter. Schön in die Schacht. Schön in die Schacht hier wieder. Damit kennen wir uns ja aus. Hallo? Achso. Oh Gott. Ein Schnitter und ich bin tot. Oder so. Mir geht's gut. Alles tutti, frotti. Komm ich von hier unten? Nein. Will ich hier unten rein? Nein, ich will durch. Will ich da hoch? Nicht durch. Okay. Stopp die du. Was jetzt? Dreist. Ach, ich glaube ich erinnere mich. Nein, ich stoppe noch mehr Schnittchen. Ich will das mal mit einer Milch-Schnitte. Das wäre auch was. Ich meine, ich muss hier irgendwie Wasser reinlassen. Weil das sieht auch so aus. Das ist uns überhaupt nicht aufgefallen. Genau, von da bin ich willkommen. Ich weiß nicht. Warte, jetzt? Das ist kein Nix-Tür. Überwört. Komm ich ja nicht rein. Hier ist nix. wieso ist hier nichts ich meine es gab auch noch mal irgendwo so ein level da da musste man sich hier wasser steigen lassen damit man rauskam das sieht mir hier auch ähnlich danach aus blub blub Wasser blub blub alles verrostet und kaputt wo sind wir denn hier bei den Black Mesa kaputt dankeschön frage des Tages wie komme ich da jetzt drauf ohne mir alle Knochen zu brechen er sagte ohne mir alle Knochen zu brechen wunderschönen danke offen ja jetzt kann ich wenigstens nicht mehr so hart runterfahren frage des Tages komme ich jetzt auf die andere Seite ich komme wahrscheinlich durchs Rohr genau ich komme durchs Rohr noch mehr Schnitter piste euch piste euch ich weiß gar nicht ob die Dinger überhaupt unter Wasser funktionieren das wäre ein bisschen böse auch leicht unlogisch wenn ich das anmerken darf oder naja wir mussten ja nur wasserdicht gebaut sein und so scheinen die mir eigentlich nicht hier komme ich jetzt rüber ah ne so ach vielleicht sollte ich mal wieder auftauchen Sauerstoff wäre praktisch ne man hat immer nur die Wahl zwischen Sauerstoff und Strom und Sprint alles gleichzeitig das saugt die Batterie so leer so schnell leer das glaubst du gar nicht schneller als mein Akku von der Maus oh Gott und die hält ja schon nicht sehr lange oh Gott wir machen noch ein bisschen leider ich glaube aber das reicht ja schon geht trotzdem auf Nummer sicher ja Blob ha hallo es wird das wenn es fertig ist so reicht schon danke na doch doch nicht hi einmal lade daten um die daten zu laden damit die geladenen daten gedartet werden öh hi da jetzt werfe ich die nicht nochmal runter ich seh nix komm her komm her ich hab dich ganz doll lieb Handle with care hier ist mein care oh schnitter oh Gott schnitter 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 ja 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 ge weg ge weg ge weg ich würde euch auch gern mit care behandeln aber ihr lasst mich ja nicht Funktion Funktion ist hier weiter sieht sie ja noch weiter aus bis ich das auch merken darf hier ist nur was auf Nahkampf ich guck nochmal in die andere Richtung hier nur groß und leer und und zack wunderschön warte noch kurz ein bisschen wieder auf die Hilfsenergie hopp ich komme die Jugendlichen hier rein wenn ich dir hier was hinspielen kann oh Gott jetzt glaube ich gar nicht das lösen wo sitzt sie noch weiter ist hier irgendwo nochmal was bisher nein frisst mich nicht fressen blöd fressen böse ich bin welchen Retter nicht vergessen noch mehr hopp 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 warum ich springe das ist immer einfach ein Grund weil ich habe einfach wieder die Dinger runter zu schieben ach hallöchen äh wo ist hier denn da heute anscheinend äh ach nee wir haben noch was wir haben noch was oh nein habt ihr das klicken gehört ja radioaktiv will ich wirklich will ich wirklich wissen was die hier reingekippt haben alles vor allem warum macht man da eine Fluchtroute draus au ja Kopfschrauben heißen die hier ja wir hoffen dass du kommst das passt jetzt gerade sehr schlecht wieso in den kästen dort ist noch munition nimm was du brauchst und dann hau bloß ab hui geht das nochmal ne ich bin frei ok ich schau ab da hat eine angst vor mir weißt du unten drunter wäre langweilig ich gehe oben drüber aber ne ich bin altmodisch gesellschaft wir haben geschossen wir haben geschossen au das ist nicht gut combine benutzen krebs was überlebt wieso ich falle dich mit kugeln wollen bis du nicht bis du eigentlich nur noch aus bleibe stehst von woher wissen die eigentlich die scheinen ja die ganze zeit oh kaka ähm die scheinen ja die ganze zeit zu wissen wo die Dinger äh wo die Fluchtrouten sind das scheint ihnen ja anscheinend nicht sehr wichtig zu sein mal nur zwei da bin ich drin bäh ja damals war der Shooter mit dieser Technik auch für die mit den Kugeln revolutionär ach ach dann hat der auf einmal so viel Kraft jetzt wollen die hier auch noch alles verseuchen wir ouch du musst die Wände berühren 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 WTF 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 das ist praktisch aber ich will meine smt-monition nicht so verschwenden ich geh einfach weiter ich geh einfach weiter ich geh einfach weiter ist mir nichts aufgefahren hallo hi 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 cool den Ordnungsschutz kann man da draußen schwer vermeiden aber mit einem schnellen Wagen ist es machbar mehr Hilfe gibt es bei Station 7 ein paar Plusbiegungen weiter eine alte rote Scheune ich glaub fliegen? naja also äh damit heißt es an aber wir vielen Dank fürs zuschauen die Folge ist nämlich jetzt zu Ende und äh ja vielen Dank fürs zuschauen glaubt euch wohl beim treu wir sehen ciao